Jo Leute, was geht ab? Mein Name ist Daniel Wolfson. Mein Name ist Kavos Kalanta. Und willkommen zu Chips und Kaviar. Einer Schalte, einer Direktschalte. Wir sind beide in der BRD unterwegs. Ich bin in Düsseldorf, Daniel ist in Ulm, wie ich im Vorgespräch erfahren habe. Wir mussten eins machen. Wir haben immer eins. Und ja, wir sind gerade beide in irgendwelchen Hotelzimmern. Du bist, deins ist irgendwie Maritim? Oder was ist da das? Das ist das Maritim. Du hast mich vor der Aufnahme noch so kurz verarscht. Ich habe es dir so für einen Moment geglaubt, weil das war für mich so, das passt gar nicht zu dir. Du meintest so, ja, ich bin hier gerade im Gastro-Bereich. Nein, ich habe es richtig realistisch gespielt, ey. Ja, du hast vorher genau, genau. Weil ich habe das Mikrofon ein bisschen weiter weggelegt oder das Handy. Und dann habe ich einfach zur Seite in meinem Zimmer, das war richtig Method-Acting, da habe ich einfach so zur Seite gesagt, so, könnte ich noch ein bisschen Butter haben? Und ich denke mir so, hä, wer ist in seinem Zimmer und bringt ihm Butter? Also, ist da gerade jemand in einem Zimmer und du bist so ein Kellner, so einen persönlichen? Oder was ist da los? Nein, aber das ist tatsächlich eine ganz, ey, das ist eine brillante, das ist eine geniale Überleitung. Aber wo ist eine merkwürdige, okay, die Überleitung ist nicht mehr so gut. Das ist ja mich sehr gefreut. Das ist brillant angekündigt. Genau. Oh, Kellner im Zimmer, da habe ich was. Da habe ich genau was. Nee, aber, und zwar, ich habe gerade jetzt für Felix in Köln geöffnet und heute sind wir in Ulm. Das sind die Preview-Shows für das neue Programm, All You Can Eat. Und ich bin mit der ersten Klasse nach Köln gefahren, okay? Wie ich es immer mache übrigens. Klass-Klassisch. Ja, kleiner Lifehack. Kleiner Flex. Kleiner Lifehack, gibt mehr Geld aus für Tickets. Ja, genau. Ich finde es sehr gewitzig, wenn so Reiche so Lifehacks geben würden, die dann so, ja, okay, klar, also. Ja, jeden Morgen esse ich Kaviar. Ja, kleiner Lifehack, holt euch eine Villa. Kleiner Lifehack, ist viel geiler, mehr Platz zu haben. Ja, wenn man mehr Platz hat, dann bewegt man sich automatisch mehr, dann erledigt man mehr. Ja. Dann kauft sich größere Häuser. Naja, auf jeden Fall, ich bin beim Hauptbahnhof, ja, da bin ich eingestiegen und da erlebt man gerade, also das ist ja richtig Chaos, weil es kommen ja echt viele Leute aus der Ukraine. Ah, krass, ja, ich höre das immer. Aber das wird voll, also es wird anscheinend, oder so wie ich es zumindest, es wird willkommen richtig gut gemanagt. Es gibt da voll viele Helfer und so und es gibt da überall irgendwelche Aushänge, Plakate und so und so, krass. Ja, die haben so an den Syrern geübt, das war so das Open Mic für so Flüchtlingshelfer. Ja, das waren die Dummies. Das waren die Dummies und jetzt ist man so voll gut geschult. Ja. Aber ja, okay. Und, ähm, genau und die Ukrainer, also das finde ich auch sozusagen nicht fair, ja, das sind Menschen, die jetzt gerade fliehen, die dieses ganze Leid erleben, die auch Menschen verloren haben. Ähm, das ist unglaubliches Leid, ja, und Leid kann man auch nicht vergleichen, also wenn jetzt irgendwie Leute sagen, ja, da sind jetzt Ukrainer, die kommen jetzt da und daher oder Syrer, also für alle Leute ist das irgendwie gleich schlimm, wenn die fliehen. Also diese Experience ist immer, der Schmerz ist immer der gleiche und so. Und jetzt gibt es irgendwie die Debatte, dass einige sagen, ja, da sind hier Flüchtlinge erster Klasse oder so, werden die behandelt. Aber jetzt kommen wir genau zu dem Punkt, weil ich stehe am Bahnsteig, ich möchte in meine erste Klasse rein. Und dann kommen dann diese Helfer und dann merke ich erst, die lassen da diese ganzen Geflüchteten in die erste Klasse, also es fällt mir einfach so auf. Und da kommt man sich schon verarscht vor, da kommt man sich schon ein bisschen verarscht vor. Und da kam eine von der Bahn, also da kam eine, ich weiß nicht, wer sie dann war, aber das ist auch eine Fahrbegleiterin, so eine ältere, und die hat so zu den Helfern gesagt, also quasi so, ey, ihr wisst schon, das ist die erste Klasse, also ihr könnt die jetzt nicht in die erste Klasse lassen. Also es war voll krass zu sehen, weil im Endeffekt, das sind Menschen, die gerade flehen, ja, so, und in der ersten Klasse gibt es ausreichend Platz, also wirklich, ja, da gibt es zu viel. Und denen wurde dann so gesagt, so, ja, also achtet mal beim nächsten Mal drauf. Und, ja, sagt, dass wir keine Flüchtlinge erster Klasse sind, ey. Nee, es ist ja auch so perfekt symbolisch, so, ja, ja, wir helfen, aber jetzt nicht so, also, aber die Wohlhabenden unter uns sollen es jetzt nicht zu spüren bekommen, also. Ja, also wir helfen, aber doch nicht mit so viel Beinfreiheit. Wir geben euch, wir geben jedem so ein Stück Schokolade, Lieblingsgast, aber bitte in der zweiten Klasse. Ja. Aber waren die dann da? War das dann, ähm, war das dann so? Die Sache ist, es war so ein riesiger, riesiger Zug, der dann auch so geteilt wurde und ich musste dann, ich musste dann selber nach hinten rennen, als würde ich fliehen. Ich musste dann erstmal den ganzen Zug entlang nach hinten rennen, weil da war auch nochmal eine erste Klasse. Ah, okay. Boah, das klingt ja richtig schlimm, wenn man zu oft erste Klasse sagt, also, bei der Bahn ist es auch nichts Besonderes. Ey, du kannst noch so viel sagen, ja, das leidt deinen Menschen und es tut einem wirklich leid, aber am Ende des Podcasts bist du das Arschloch. Ja. Das ist so erste Klasse hier, erste Klasse da. Ja, krass, okay, du bist jetzt in Ulm und, ähm, ich hab jetzt gerade keine Übersicht. Öffnest du heute wieder oder morgen oder was? Ja, genau, also heute Morgen ist, äh, ist Ulm, also heute ist Montag und am Samstag war, am Samstag war Köln. Speaking of Köln, um hier nochmal kurz Werbung einzustreuen, und zwar gibt's noch Tickets für die Zusatzshow im Gloria am 9.4. bin ich da und, äh, ganz wichtig, am 1.4., also jetzt am Freitag sind neue Tickets in Stuttgart, ähm, die haben dir irgendwie die Corona-Auflagen, warum auch immer, äh, gelockert und, äh, da gibt's jetzt neue Tickets für Stuttgart am 1.4., also schaut da nochmal rein und am 12.4. in, äh, Dresden. Da auch, auch da. Nice, äh, alles in der Bio, alle Infos zu allem in der Bio von, äh, oder beziehungsweise in den Podcast-Notizen, äh, von der Holger. Korrekt, korrekt. Ähm, auf jeden Fall auf dem Weg, äh, nach Köln, kleines, kleines, kleines Urban-Adventure, okay, ich saß da mit einem Typen an einem Tisch, das war ein komisches Date, okay, wir hatten beide den gleichen Rucksack, beziehungsweise von der gleichen Rucksackmarke, weil dadurch, dass ich mich ja so in diese Welt von Rucksäcken geschmissen habe, kenne ich mich aus und wir haben uns bestens verstanden, weil... Wie, aber warte, warte, ihr wart im, im Zug an einem Tisch oder im Bahnhof? Ja, ja, im Zug an einem Tisch, ja, ja, im Zug an einem Tisch. Also, ich finde Leute, die, äh, in so ein kleines Abteil mit einsteigen, wenn dann schon jemand sitzt, also ich würde das nicht machen, sogar wenn ich eine Reservierung hätte, glaube ich. Ja. Wenn jemand in so einem kleinen Abteil sitzt und ich, und ich habe eine Reservierung und ich sehe da, da sitzt schon jemand, dann bin ich so, äh, der hat gewonnen. Das, 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 das brauche ich nicht mitzukämpfen, Alter. Ja, entweder, entweder, äh, du gehst weiter oder du bist jetzt Familie. Ja. Ähm, wie, aber ihr wart, aber warte, du warst im Abteil, er ist dazugekommen? Nee, 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 das war einfach nur an einem Tisch, Großraum. Ach so. Großraumtisch. Großraumtisch, okay. Großraumtisch. Naja, auf jeden Fall, ähm, da wird man ja so bedient, ne, in der ersten Klasse. Scheiße. Naja, auf jeden Fall, nein. Aber da, 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 da kommen halt, äh, also die, die, äh, Servicestar-Mitarbeiter rein oder die Keiner und dann fragen die eigentlich so. Also, und das war voll witzig, weil, ähm, ich hab einfach von ihm mitbekommen, dass er den Wunsch hatte, gleich was zu bestellen. Okay, schon am Anfang der Fahrt, weil er hatte die Kontrolleurin gefragt, ob gleich noch eine Kellnerin vorbeikommt oder so, ja. Ja, und, äh, die hat gesagt, ja, ja, die kommt gleich vorbei. Und, ähm, dann hatte ich schon mal diese Info, dass er gleich was bestellen wollte und dann hab ich auch quasi die Welt aus seinen Augen gesehen, äh, auch obwohl ich was anderes gemacht hab, weil mir ist einfach aufgefallen nach einer Weile, so nach, nach Stunde. Ach, dass einfach niemand kommt. Niemand war da, genau. Und dann war ich schon so auch so leicht nervös, weil ich mir dachte, Mann, ey, er ärgert sich schon die ganze Zeit, dass er nicht schon früher aufgestanden ist. Ey, das macht, ey, das macht einen wahnsinnig. Also, das macht einen wahnsinnig, ja, ja. Und ich hatte außerdem die Sicht, äh, also nach vorne, also von wo die kommen könnten und er nicht, also deswegen, ich, ich, ich wusste schon immer früher, ob er enttäuscht wird. Mhm, mhm. Ähm, naja, auf jeden Fall. Irgendwann entschließt er sich so loszugehen und bestellt er was, okay. Okay, und dann, dann, und da hab ich gesagt, ah, okay, sie haben was bestellt, äh, kommen die auch noch vorbei? Dann meinte er so, ja, ja, die kommen gleich vorbei, weil ich hab was bestellt. Und dann war ich wieder in diesem Loop, da war ich wieder in seinem Leben, weil die kamen wieder nicht, die kamen wieder so 45 Minuten oder eine halbe Stunde, es war so absurd. Also, okay, krass, nach der Bestellung. Ja, ja, und ich hab wahrscheinlich einfach so einen Kaffee und ein Stück Kuchen oder irgendwie. Ja, und ich hab gelesen und ich wurde selber nervös, weil ich hab ihn die ganze Zeit angeschaut, wie er mit der Situation umgeht, weil ich hab mich so gefragt, wann er endlich aufsteht. Was passiert in seinem Kopf gerade? Ey, und dann sehe ich, äh, wie vorne, okay, und, äh, diese, äh, Abteilung, ja, also wir waren, glaub ich, im Ruhebereich und vorne war da dieser, äh, laute, laute Bereich, ähm, wie da die Kellnerin reinkommt mit so einer Schüssel, also die hatte irgendwie so eine, so eine Schüssel, die hatte irgendwie so einen Teller und dann guckt sie einfach nur so im Gang, sucht da jemanden, findet den nicht, weil die nicht weit genug gegangen ist und geht wieder. Wow. Und da dachte ich so, scheiße, ich hab gerade so sein Leben, also ich kann so sein Leben vorhersagen. Und ich hatte eine Information, die er ja noch nicht hatte, also dass, dass er das Essen einfach nicht bekommt wird. Das ist deine Schüssel, die kommt nicht. Ja, ja, ich wusste das, ich wusste das die ganze Zeit und ich wollte ihn aber irgendwie nicht stören oder so, weil ich dachte, ja, die kommt doch sicherlich gleich und so und nach der Weile hab ich ihm gesagt, so, hey, ähm, ja, ich glaub, ich glaub, die kommen einfach nicht. Ja, genau, ich glaub, die kommen einfach nicht. Und er meinte so, ja, ey, das geht gar nicht. Und dann ist er losgegangen und, äh, also hat er sich geholt und dann meinte er, hä, also können Sie es glauben, die haben mir gerade ernsthaft versucht zu verkaufen, dass sie nach mir gesucht haben. Das kann doch nicht sein, oder? Und das war voll komisch für mich, dass ich ihm so sagen musste, dass ich es aber mitbekommen hab. Also, doch, doch, das kann sein. Ja, genau. Also, nee. Ach, scheiße, ich hab's mitbekommen. Und dann war es voll unangenehm, weil diese Kellnerin, die war irgendwie so komisch verunsichert, die war so ein jüngeres Mädel, die war dann da, er hatte da sein Essen gegessen und die haben ihm dann schon so ein Angebot gemacht, was er nicht ablehnen konnte, okay? Also, das ist so eine Wiedergutmachung. Geht aufs Haus, oder was? Geht aufs Haus. Ja, geht aufs Haus, ein Brownie. So ein Brownie geht aufs Haus. Ach, ein Brownie einfach nur. Ja. Und da dachte ich so, warum ein Brownie? Warum kein Käsekuchen? Warum sind die Brownies for free? Was? Okay. Wer bist du? Naja, okay. Okay, aber auf jeden Fall, also ich kämpfe einen wichtigen Kampf, okay? Ja. Social Justice, ey. Naja, auf jeden Fall, okay. So, der hat schon dieses Angebot bekommen, hat sich dann die Kopfhörer reingemacht und dann kommt die Kellnerin, die es verkackt hat und dann bringt die mir irgendwas oder ich gebe da eine Bestellung auf und dann sagt sie mir so ganz komisch, also das war wie so ein Skript, das sie so runtergefahren hat, also einfach so. Da sagt sie so, ja, also sie können meinen Chef fragen, ich arbeite hier schon seit fünf Jahren, ich habe schon immer eine weiße Weste, also sowas ist mir noch nie passiert und dann sage ich so, hä, ja, was hat, hä, also warum, warum sagen sie es mir jetzt? Verwechseln sie uns über die, über die Rucksäcke? Ja, genau. Sie hat es mir einfach so richtig sinnlos gesagt, weil er es nicht hören könnte, aber es war keine Information, die mich überhaupt erreichen sollte. Also da hatte ich so plötzlich so komischen Brief mit ihr. Ich war da so, ja, ja, nee, alles, alles gut, alles gut. Ja, ja, sie können auf jeden Fall meinen Chef fragen und so. Und dann sage ich so, ja, nee, das ist, das ist von ihm. Oder war sie, ja, er hört es ja jetzt gerade nicht, also, das war voll komisch. Kannst du es ihm später sagen? Ja, wirklich. Dass er es meinem Chef sagen kann? Ja, wirklich. Ich war da so ganz komisch in so einem Leben drin, Alter, wofür ich mich nicht entschieden habe, ey. In zwei Leben. Ey, aber das erinnert, das bringt mich voll gut auf eine Düsseldorf-Erfahrung, die Ivan und ich hier gemacht haben. Wir sind jetzt vier, fünf Tage einfach in Düsseldorf gewesen, von hier aus immer zu den Shows gefahren. Und ich muss sagen, also, ich habe über Google und so einfach irgendwelche Läden rausgesucht und überall war das Essen wirklich überdurchschnittlich gut. Also es waren so, wir haben drei verschiedene Küchen ausprobiert. wir waren, wir waren, sag ich schon, koreanisch, irgendwie marokkanisch und irgendwie so ein amerikanischer Streetfood-Laden, aber so auf Hipster gemacht und irgendwie. Und es war alles wirklich richtig gut, aber es waren also wirklich nervige Wartezeiten. Also so wirklich so, also einfach so, wo man so bestellt und sich denkt, ja, okay, so in 20 Minuten oder so müsste das kommen und dann kommt es einfach so in einer knappen Stunde. Also es war wirklich übertrieben lang und es macht was mit einem. Also das ist dann irgendwie so. Was war das schon an? Es war in allen verschiedenen, also das ist irgendwie jetzt so gerade diese Düsseldorf-Experience. Das hat mich voll erinnert an, was wir hatten in Lüneburg, wo auch alles voll lange gedauert hat, wo so die ganze Stadt irgendwie langsam war. Aber ist das einfach nur so das Temperament? Ist das einfach nur der Ort? Ich habe keine Ahnung. Ich habe mir auch gedacht, okay, vielleicht hat das auch irgendwie, sind das so indirekte Corona-Folgen oder so, dass einfach so Servicekräfte fehlen oder irgendwas nicht hinhaut oder so. Aber es war einfach so, bei dem marokkanischen Laden war es so, dass wir so beide so irgendwie so Hähnchenspieße mit so Kartoffeln oder irgendwie und Salat irgendwas bestellt hatten und dann noch so Vorspeisenteller. Und dann kam es einfach ewig nicht. Und dann hat man irgendwann den Typen gefragt, so hey, wie sieht es aus? Also ja, ja, der Vorspeisenteller, der wird immer frisch zubereitet. Der dauert. Daran hängt es. Wenn ihr einfach das Gericht genommen hättet, dann wäre es schnell gegangen. Ich habe mir gesagt, ja, hä, aber das ist irgendwie so voll konterintuitiv, dass die Vorspeise das Hauptgericht so krass auffällt. Und ich hätte, also ich hätte, weiß ich nicht, also es gab dann keinen Ausweg mehr und es war richtig gut. Und trotzdem war das so, ah, fuck, Alter. Es fühlt sich irgendwie so, man hat höhere Erwartungen dann auf einmal an das Essen. Naja, klar. Wenn man schon so lange wartet. Voll, voll, voll. Und dann gibt es auch immer so einen Punkt, an dem man einfach nur noch enttäuscht ist. Auch sogar, wenn das Essen dann kommt, ist man dann einfach auch schon zu hungrig. Weil nach dem ersten Happen, wenn man zu hungrig ist, ist man einfach automatisch satt. Und dann kann man den Rest nicht mehr genießen. Ja, ja, es ist dann, und ich muss wirklich betonen, es war wirklich immer voll geil, aber es war dann einfach nur noch so, auf einmal war es, war das nicht immer ein Bonus, sondern einfach nur die Entschädigung für die Wartezeiten. So, ja, ja, okay, das erklärt's. Aber. Das hätte ich ihm sagen müssen, ey. Ja, aber ich hätte es echt. Keine Vorspeise, das ist eine Entschädigung. Ich hätte es deutlich schlechter genommen, aber eine halbe Stunde früher. Das wäre voll okay gewesen. Ich habe das Gefühl, dass Leute, diese Krisen, in denen wir stecken, ja, also das war jetzt die Pandemie und so, und dann wurde das immer als Vorwand genommen, dass Dinge irgendwie nicht funktionieren. Also quasi, ja, die Sauna funktioniert nicht wegen Corona. Also irgendwie so, oder ja, es geht einfach nicht wegen Corona oder so. Ich habe immer das Gefühl, dass einfach die Ukraine-Krise das so füllen könnte. Dass Leute, die sich so keine Mühe geben, das einfach so auf diese Krise schieben. Ja, ja, ja. Die Vorspeise, ja, das dauert jetzt einfach länger wegen Ukraine. Wegen Donbass, was im Donbass gerade passiert ist, deswegen brauche ich für diesen gemischten Grillteller hier ein bisschen länger. Ey, aber wir haben voll das Geile übrigens eine kleine Empfehlung. Diesmal weiß ich sogar, wie der Laden hieß. Das Mandu, das ist so ein koreanisches Restaurant hier in Düsseldorf, Bahnhofsnähe. Und es ist echt irgendwie, also ich glaube, und ich war nie in Korea, das weißt du ja über mich, aber ich glaube, das ist wirklich so das, also das authentikste, authentikoste Experience von Korea, die für mich möglich war. Weil, ohne Scheiß, man kommt in den Laden rein und es ist so einfach so, als man ist so, dass diese ältere koreanische Frau, die sich auch so, also die ist wirklich so, also wie man so sagt, so ein Original. Also so, sie ist einfach eine ältere Koreanerin, die, also die ist dann so sauer auf einen, wenn man nicht mit Stäbchen isst oder so. Die war dann so, ja, okay. Und dann meinte ich so, kann ich noch einen Löffel haben? Und sie lebt dann so ihre Stimmung voll aus, sie so, oh, ja, bring ich, bring ich, bring ich. Und dann ist es am Anfang so auf den ersten Blick irgendwie so voll unfreundlich, aber das ist so voll die liebe Oma und das Essen war also wirklich krass gut, die macht das da irgendwie selber krass frisch und ist dann so in der Küche und dann hört man so eine koreanische Talkshow währenddessen. Ist man da alleine? Sie ist da alleine, das ist quasi, das ist wirklich so, als wäre man einfach in so einer kleinen Wohnung zu Besuch. Das klingt, als wäre ihr eingebrochen, ey, weil die war auch noch sauer, ey. Ja, ja, ich meine, sie hat da ihr Schlafzimmer, also so da auch. Ja, ey, ihr seid eingebrochen einfach in der Wohnung von einer alten koreanischen Frau. Ja, wirklich. Das ist so aus, wie eine authentische Experience. Ja, aber es war wirklich so und dann meinte ich so einmal so, ja, ähm, könnte ich auf Toilette, wo ist die Toilette? Und dann sagt sie so zu mir, also es klingt irgendwie rassistisch, was nachzumachen, aber es war wirklich so, also da ist so ein Flur, ja, und sie sagt dann so vor dem Flur, also ich stehe so auf und sie sagt dann so, stopp, 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 stopp. Ja, so fünfmal, so und zeigt so nach unten, so stopp, stopp, stopp. Und dann geht sie kurz um die Ecke und ich glaube, sie hat einfach die Tür zu ihrem Schlafzimmer oder so zugemacht oder irgendwas so gehandelt und dann bin ich auf die Toilette und das war so eine private Toilette von ihr, da war ihre Waschmaschine und so. Ah, okay. Das war irgendwie so voll, es war so unprofessionell, dass es schon wieder irgendwie was hatte, das war einfach so, ach krass, ich, du lebst hier, also ich bin hier einfach. Das war richtig so, das war richtig so Streetfood. Ja, es war richtig Streetfood. Und die hatte da irgendwie, ah nee, ich glaube, das Ding da war, weil wir waren da, wir waren da dreimal, wir waren da, glaube ich, dreimal und das eine Mal war da einfach ein fetter Schäferhund und sie meinte so, ah, mein Baby, mein Baby ist hier, warte. Und dann sagt sie so zu dem Hund, stopp, nee, nicht stopp, irgendwie so Ruhe, Ruhe, Ruhe und dann, damit ich auf Toilette gehen kann, weil er mich sonst irgendwie angegriffen hätte oder irgendeine Scheiße, ich weiß nicht, was da los war, aber mega gutes Essen, also wirklich so richtig frisch, diese ganzen Bimimbab, also es klingt immer wie so eine Verarsche koreanisches Essen, Bimimbab und bla 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 und so. Das klingt wirklich wie eine Verarsche, ja. Ja, ja, aber kann ich sehr empfehlen, Mandu heißt der Laden in Düsseldorf. Check it out. Das klingt nach einem richtigen Laden, wie habt ihr den gefunden? Nee, einfach über... Das klingt einfach so, als hätte die einfach irgendwo falsch geklingelt und wäre dann reingegangen. Ja, naja, so ist das Gefühl, es gibt dann auch oben draußen ein Schild und einfach über Google und es ist auch so irgendwie schon so fast so sympathisch, unprofessionell, aber die hatte so, also jetzt so gestern Sonntag einfach komplett zu und Samstag auch, irgendwann erst nur abends auf, also ich glaube, die arbeitet so, also sie hat sich das so eingerichtet, dass sie einfach, also sie überzeugt so komplett über das Essen und alles andere ist so für sie so, glaube ich, so ein bisschen Quatsch oder so und es läuft, weil das Essen ist richtig gut und wenn man sich darauf einlässt, ist sie, also mag man die auch irgendwie, die hatte irgendwie so was voll Liebes. Ja, so ein richtiges Original einfach. Ein richtiges Original oder einfach eine Koreanerin. Ey, das ist irgendwie so das Ding, ich glaube, man kann so voll der, voll das Original, voll der Charakter sein, einfach, wenn man einfach nur so ein Typ ist aus einer ganz anderen Kultur, in einer anderen Kultur. Naja, und wenn man ein bisschen schlecht gelaunt ist, das reicht dann. Ja, dann bist du so ein Deutscher in Japan, bist einfach so ein richtiger Deutscher in Japan und die sind so, boah, das ist ein richtiges Original, das ist weird. Ne, das wäre hier normal, das ist einfach ein Deutscher. Aber, was auch ein Original ist, ey, nein, Spaß, ich bekomme diese Überleitung nicht hin, deswegen, aber ich habe jetzt aktuell einen neuen Beef, ja, der mit der Bahn ist ja beendet, wie ihr bekanntlich wisst, das hat alles funktioniert, bankert, approved, es gibt kein Beef, die haben sich entschuldigt für diesen, für diesen einen Herr Krupp oder wie er heißt, Alter, keine Ahnung, der mich angeschrien hat, der mich sagen musste, dass er nicht mein Vater ist, weil er es für einen kurzen Moment dachte. Beef ist geklärt. Ja, Beef ist geklärt. Ohne HipHop.de, ohne Schlichter, einfach nur direkt. Ja, aber ich habe jetzt anscheinend einen neuen Beef, okay, ich habe jetzt anscheinend einen neuen Beef, okay, mit einem anderen Konzern oder diesmal mal? Mit einem anderen Konzern, mit einem anderen GmbH. Mit einer juristischen Person. Ja, genau. Naja, aber ernsthaft, ja, ich werde jetzt die Firma, die Marke oder was auch immer nicht nennen, aber es ist ein Flyer-Druckservice, okay? Okay, okay. Naja, auf jeden Fall. Aber warte, lass mich raten, die haben dir zu viel abgerechnet? Nee, 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 warte, nee, 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 es wäre auch richtig langweilig, wenn ich jetzt, wenn du richtig geraten hast und ich einfach meine Geschichte nicht mehr erzählen kann. Das wäre auch richtig langweilig. Ja, ja, genau, okay. Naja, auf jeden Fall, genau, ich habe hier diese Openings und so und ich dachte, hey Mann, das wäre jetzt mal angemessen und langsam mal an der Zeit für den nächsten Schritt in meiner Karriere, Flyer. Für den nächsten Marketing-Stunt. Genau, für den nächsten Marketing-Stunt und dann habe ich so wirklich, ey, so noch am Donnerstag, so auf den letzten Tag vor Abfahrt oder irgendwie Mittwoch, ich habe einen Flyer zusammengestellt, ja, mit der Hilfe von Yannick und Quinn und so, Shoutout nochmal an dieser Stelle, vielen Dank und so, das hat alles funktioniert und dann habe ich das bei dieser großen Flyer-Druckerei alles pünktlich abgegeben, ja, da kann man dann Overnight-Express angeben, dann kommt halt, wie gesagt, über Nacht und da gibt es diese Garantie eigentlich und ich habe da 2500 Stück ausgewählt, das hat ungefähr 70 Euro gekostet, was ich irgendwie super fair fand, also irgendwie 70 Euro für 2500 Stück von irgendwas, also es klingt automatisch fair, weißt du? Und dann kommt es auch über Nacht, Wahnsinn, geil, und dann habe ich es zum Hotel schicken lassen, also zum Hotel in Köln und ich bin dann am Samstag angekommen, am Samstagabend war die Show und ich habe dann nochmal online nachgeschaut, wurde alles abgeschickt und so. Da stand ja, wurde alles abgeschickt, da komme ich an und dachte, ey geil, die müssen jetzt safe da sein. Dann frage ich an der Rezeption, sind die da? Ja, nein, die sind nicht da. Hey, wir schauen nochmal nach. Nee, die sind nicht angekommen. Und ich dachte nicht mehr, ey, nein, es kann nicht sein, dass ich mir so noch so richtig den Arsch abgearbeitet habe, so richtig gestresst war, um alles pünktlich abzugeben, um überhaupt so einen Flyer zu designen und dann kommen die nicht, ja, also das ist eine verpasste Chance, weil die Show war am Samstag. Und ich kenne ja den Service und ich kenne die immer als sehr zuverlässig. Ja, 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 genau. Ich kenne das eigentlich auch nur so und deswegen, das hat mich auch voll aufgeregt, aber ich glaube, wahrscheinlich war der Fehler bei den Lieferanten und das ist UPS, ey, ohne Scheiß, UPS ist der... Ey, die können wir ruhig trashen, ohne Scheiß. Ey, das ist, ey, das ist, ey, ich weiß nicht, wer da arbeitet, ey, keine Ahnung, was ist das, ich weiß ja nicht, was deren System ist. Ja, das ist wirklich, also da musst du immer nochmal ordentlich Puffer einrechnen. Ey, und deren Seite ist auch komplett behindert aufgebaut, du kommst dann da und musst dich da irgendwo einloggen und was und dann verlierst du irgendwann diese Lust, überhaupt dieses Bestellte zu bekommen. Und du denkst dir, ich brauche diesen Stress in meinem Leben nicht, also... Ja, ja. Naja, auf jeden Fall, ich brauche mein Zimmer... Da musst du auch immer an Doug Heffernan denken bei UPS. Ja, ich muss sofort an Doug Heffernan denken, aber... Es ist ja, die waren ja bei IPS, das war ja genau, das war ja das Vorbild, das sie verarscht. Also es waren auch die gleichen, die gleiche Farbe und alles. Genau, ja, stimmt, stimmt, stimmt. Ja, ja, voll. Und, okay, bin dann oben auf meinem Zimmer und denken mir, ey, scheiße, ich habe jetzt noch zwei Stunden bis zur Abfahrt, zur Venue, zur Show und da dachte ich, okay, put the hustle mode on, okay, hustle mode on und dann habe ich noch eingegeben, Köln Flyerdruckerei oder so, okay. Ach shit, okay. Ja, wirklich, ey. Was, zwei Stunden vor Show? Ja, zwei Stunden vor Show. Googles zu Köln Flyerdruckerei. Ja, ja, hustle mode on. Ja. Okay, und dann klappe ich zwei, drei ab und so, nee, hey, sorry, können wir nicht, weil wir haben Limiting Mindset, wir können nicht die... Ja, wir wollen nicht groan. Wir wollen nicht groan. Okay, dann erreiche ich aber eine, die könnte es doch machen, bis 16 Uhr, ich war so in ihrem letzter Auftrag und dann sage ich so, ja, ich hätte gerne 2.500 Stück, aber wenn es weniger geht, dann auch weniger, aber ich brauche die auf jeden Fall zu heute, das ist das Wichtigste, ich brauche die zu heute, also ich brauche die um 16 Uhr. Okay, die sagen, ja, okay, machen wir, schick das alles per E-Mail, ich schicke das, dann bestätigen sie das, ich rufe die an, okay, ich komme, bla, bla, ich fahre in die Stadt mit dem Taxi, steige aus, okay, bin da angekommen, gefunden, wirklich fünf Minuten vor Ladenschluss, fünf Minuten vor Ladenschluss bin ich da, dann sagen die, ja, hier, hier sind die, so. Und da war so eine kleine Kiste und ich war so, ah, geil, dann sagt er so, ja, schau sie dir an, ich sage so, hey, Mann, die sind echt cool geworden, ja, vielen Dank, dass es nochmal so geklappt hat, so kurzfristig, ja, dafür sind wir da, deswegen sind wir Digital Druck Express, oder wie die heißen, ja, und dann so ein generischer Name, das macht uns so digital jetzt drucken. Dafür stehen wir mit unserem Namen, Digital Express Druck 24. Naja, aber auf jeden Fall, dann sagt er so, also wirklich so komplett nüchtern, ja, also sagt er so, äh, sagt er, okay, das macht dann, äh, 316 Euro. Na, ey, ich war so, 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 ey, ich wollte gerade fragen, ähm, ich wollte vorhin fragen, hast du nach dem Preis gefragt, weil ich schon den Verdacht hatte, sowas am selben Tag vor Ort ist teuer. Ja, genau, mein Referenzpunkt war einfach diese Online-Druckerei, der Online-Dienst. Nee, die, die sind wirklich das Amazon von denen. Ja, die sind das Amazon, die, die haben völlig andere Ressourcen, ja. Ganz andere, ja, ja, ja. Ja, ja, genau, weißt du, die, die haben auch anscheinend nicht ihre eigene Druckerei, sondern die geben einfach diesen Auftrag ab an irgendeine, also die, die haben, glaub ich, so Deals mit verschiedenen Druckereien, so hab ich das mitbekommen auf jeden Fall. Und, äh, die können da völlig andere Preise rausholen, okay, aber meine Referenz war einfach ungefähr 70 für 2.500, die haben 2.300 gedruckt und dann hab ich 300, also 316. Und das war so komisch, weil es war so viel zu viel, also es war so viel zu viel. Also es war für mich einfach so, sofort im Laden dachte ich mir so, ey, krass, das ist gerade ein Drittel von tausend fast, also es ist irgendwie so, weißt du? Ja, ja, davon, du kannst dir so ein, also ich sag schon elektronisches Gerät, aber du kannst dir davon so richtig was kaufen. Ja, auf jeden Fall. Du kannst dir davon ein Tablet kaufen. Ja, natürlich, ey, weil du kannst dir davon irgendwas leiten. Plötzlich hatte ich einfach so eine Kiste mit so Fotos von mir drauf, einfach so 2.300 Mal mein Gesicht, Alter. Aber ich hab mich gerade wirklich gewundert, dass du auch wirklich die Menge bestellt hast und gar nicht nach dem Preis gefragt hast, als wärst du irgendwie so ein reicher Typ im Hotel, der sich so Dinge aufs Zimmer bestellt. Nee, vor Ort dachte ich mir dann, ey, natürlich, ich hab gar nicht nach dem Preis gefragt und ich war wirklich überrascht. Ich war so, was? 300, was? Und da hat einer so von hinten gesagt, weil er hat einfach so mitbekommen, wie überrascht ich war. Er meinte so, ja, wir können mit diesen Online-Druckereien nicht mithalten. Und dann meinte ich so, ah, scheiße, das macht voll viel Sinn. Ja, das sehe ich. Das sehe ich. Ihr könnt um 240 Euro gerade nicht mithalten. Ja, also das, ähm, das ist ein komisches Gefühl, weil ich glaube, das sind jetzt automatisch die teuersten Flyer Europas geworden. Ja. Und im Endeffekt bedeutet das, dass das war so dann plötzlich so pro Flyer irgendwie so 20 Cent oder so, die ich also auf jeden Stuhl dann ausgelegt habe. Hier, 20, nimm diese 20 Cent mit nach Hause. Ja, also, also die Leute sollten wirklich ein Ticket für deine Shows kaufen und den Podcast hören, nachdem sie den Flyer, die Flyer, da muss sich jeder lohnen. Ja. Ja. Ey, aber jetzt nochmal zur Deutschen Bahn übrigens, um uns da nochmal zurückzubringen. Ich habe auch eine kleine deutsche Bahn-Story. Diesmal aus einem ganz anderen Sektor. Ganz anderer Sektor. DB Sicherheit. Die DB Sicherheit. Eine, eine kleine Anekdote. Die was? Die Sicherheit? Die DB. DB Sicherheit. So, wo man, wo ich mich immer gefragt habe, ja, okay, so, was machen die eigentlich? Ah, die strahlen hier so ein bisschen Security aus, ja, ist ja wahrscheinlich ganz angenehm, ist keine Polizei, aber die sind irgendwie so eine Art, so eine Miliz von der Deutschen Bahn, die sind so eine Bürgerwehr der Bahn und so. Naja, ich gehe hier Düsseldorf Bahnhof durch und mir da am Bahnhof, die haben hier so einen Laden, hat mir Ivan empfohlen, gibt es wohl irgendwie auch in Berlin oder kommt sogar aus Berlin irgendwie Haferkater, kennst du die? Ach so, nee, aber ich habe einfach nur auf Google Maps gesehen. Ah ja, genau, okay, und dann dachte ich mir, äh, was, da gibt es so Porridge, so, habe ich noch nie mitbekommen, dass man so draußen so, also ein Laden, der sich auf Porridge spezialisiert hat, so Porridge to go, ist voll schlau und dann dachte ich mir, ich habe hier das Frühstück immer wieder verpasst und dann bin ich da angegangen, musste dafür durch den ganzen Bahnhof durch, ich laufe durch den Bahnhof durch. Boah, das würde ich nicht machen, morgens direkt zum Hauptbahnhof, also es ist irgendwie so eine Nervige Experience. Ja, es ist nervig, hier ist auch irgendwie so ein Junkie Park, ich habe hier eine Story draus gemacht und Leute so aus Düsseldorf haben darauf reagiert, ey, so, du bist in Düsseldorf und das ist so die Experience, die du dir gibst, da wird so, da meinte einer, ja, es gibt so Storys, dass da so Heroin gebunkert wurde und so und da laufen auch so komische Leute rum, also es ist echt irgendwie, ich weiß nicht, was ist es an Bahnhöfen, was immer so Junkies und einfach so die schlechteste Seite der Stadt meistens ist an einem Bahnhof irgendwie, was, also warum, was da die Vorteile, was für eine Infrastruktur da so gut ist für für die, für die Guys. Ähm, naja, auf jeden Fall, ich laufe durch diesen Bahnhof und ich musste wirklich durch den ganzen Bahnhof, weil, also ich bin durch den einen Eingang rein und Haferkater war am anderen Eingang, also einmal so komplett durch und ich laufe so durch und dann kommen mir so zwei Jungs entgegen, so, ich würde schätzen so 16 oder so, ähm, und Ausländer, ähm, und die hatten einfach sofort so einen richtig, so einen unangenehmen, ähm, mehr als frechen Vibe, so, so, so einen aufdringlichen, was, also so, so verarsche irgendwas Vibe, die kommen so voll so, die hatten so was Dreistes irgendwie, die kommen so voll auf mich zu und ich gehe eigentlich gerade ziemlich so schnell vorwärts und fragen, kommen dann so und fragen dann so, hey, you speak Germany, you speak Germany und ich schüttel einfach meinen Kopf, geh weiter, ich so, nee, nee, und geh weiter so, kein Bock, so, geh weiter und, und die sind, aber die sind schon so aufgefallen, so, also es war irgendwie, es war irgendwie off, es war irgendwie so, was ist die Story dahinter, dann hole ich mir meinen Haferkater, geh mit diesem Hafer lang und seh dann so und es, die sahen einfach so Klischee, also als würde man so in so einem Lehrvideo zeigen, so, ja, das sind so Antanz-Trick-Typen oder so, der Typ hat so wirklich getanzt und hat da so eine Oma irgendwie angetanzt, so ein bisschen. Die Koreanerinnen. Ja, und die haben einfach so, die waren so in diesem Bahnhof in der Mitte und haben, es war irgendwie für mich so mehr als so Jungs, die so ein bisschen spielen, sondern es hatte irgendwie so was shady, komisches, so, das waren dann so fünf Typen, so, und haben da so Leute angemacht, waren da so laut, sind da so rumgelaufen, wie gesagt, der eine Typ hat da irgendwie rumgetanzt, ist Leuten näher gekommen. Das klingt gerade langsam wie der Clip von Michael Jackson, Who's Bad? Ja, stimmt, also es waren so, weißt du, also es sind da zu viele Gangster mit Lederjacken irgendwo in einer komischen dunklen Gasse. Ja, ja, genau. Und du stehst da mit deinem Porridge. Hey, Wesley Snipes war in diesem Video, ist legendär. Ja, er war bad, so bad war er. Naja, auf jeden Fall, also es ist schwer, also ich hoffe, die Leute haben ein Bild vor Augen, es war mehr als so ein paar Jungs, die so ein bisschen frech drauf sind, es hatte so was Kleinkriminelles, irgendwie so was, als wäre das so ein Scam, der da läuft, so mit mehreren Leuten, die dann so rumtanzen und so Leute anmachen und so gucken, was so geht. Ich finde, mit Porridge in irgendeiner Story ist man automatisch so ein Beta. Ja, Porridge. Ja, pass auf, pass auf. Und es hat mich so voll sauer gemacht, es hat mich so voll irgendwie sauer gemacht, das so zu sehen und ich bin, also so, ich war so in meinem Kopf schon so dabei, irgendwas zu sagen oder hinzugehen, dann dachte ich mir, yo, also ich weiß ja nicht, was los ist, ich gehe erstmal einfach weiter. Hört mal auf zu tanzen, Jungs. Hört mal auf zu, weil das ist ja auch ein komischer Satz, hört mal auf zu tanzen, Jungs. So, ich gehe erstmal weiter und dann denke ich mir so, nee, ich mache das jetzt quasi richtig und wenn ich jetzt noch so jemanden sehe oder irgendwo so ein Infopoint ist oder irgendwie diese DB-Sicherheit, dann sage ich denen das eben kurz. So relativ unkompliziert. Ja, wie ein Alpha. Ja, wie ein Alpha. Ich sage denen einfach Bescheid. Wie einfach mit dem Porridge. So, und dann gehe ich raus aus dem Bahnhof und das passt jetzt perfekt in die Schublade, in die du mich gerade packst, weil ich gehe raus aus diesem Bahnhof und ich sehe so zwei Typen von dieser DB-Sicherheit, wie die draußen eine rauchen und ich gehe so hin und sage so relativ unkompliziert, ey, so, keine Ahnung, da sind so ein paar Jungs, das sieht irgendwie komisch aus, was sie machen. Ich habe das Gefühl, die belästigen Leute und vielleicht können sie mal einen Blick drauf werfen, die sind da ungefähr bei dem Gleis, so, da habe ich das gesehen. Und der Typ schaut mich an, raucht einen und sagt dann so, ja, vielleicht haben die einfach nur ein bisschen Spaß. Scheiße. Ey, ohne Scheiß. Ich so, was? Ey, der meinte so, ja, Leute machen auch manchmal einfach nur ein bisschen Spaß. Und ich so, ja. Du warst ein richtig alter Deutscher in dem Moment, ey. Ey, der hat mich so zu so einem Opa gemacht. Ja. Ey, und ich dachte mir so, yo. Du warst einfach so ein fieser Rentner. Ja, und. So ein rechter Rentner, ey. Ja, genau, ich war so ein fieser rechter Rentner. Und ich denke mir so, nee, Mann. Also ich habe da schon so ein bisschen ein Auge dafür. Also das war mehr als das. Und es war, das, 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 was? Keine Ahnung. Und ich denke mir so, yo, ihr seid die scheiß DB Sicherheit. Ja, ich habe keine Ahnung. Die werden auch scheiße bezahlt und kriegen wahrscheinlich die ganze Zeit irgendwie Kacke ab und haben die ganze Zeit irgendwelche, müssen sich um so Scheiße kümmern. Aber ich denke mir so, yo, also diese 16-Jährigen, das ist so euer Täterprofil. Also, also, ich habe doch nicht gesagt, da werden Leute abgestochen. So, ihr seid nicht SWAT. So, da gibt es keine Schießerei. Da würde man euch ja auch nicht fragen. Also so, wo, also, da wärt ihr ja nicht dabei. Da müsste man ja so, so die Polizei oder so eine SWAT-Einheit schicken. Aber bei so genau auf dem Level, also das müsste doch ungefähr euer Ding sein. Ja, die 100 Milliarden Militärausgaben landen nicht bei der DB Sicherheit. Also die, die sind doch nicht an der Front. Ey, ohne Scheiß, ich kam mir wirklich vor wie ein Opa und dass ich so verarscht werde, so von den anderen. Und der andere, sein Kollege meinte dann auch so, also die haben so beide so, ja, ja, ist doch bla bla bla. Und ich so, ja, ich sage ja nicht, das ist jetzt heftig. Ich sage ja nur, können ja mal einen Blick drauf werfen. So, es ist so. Und die so, ja, bla bla bla. Das wird immer schlimmer, wenn du drauf bestehst. Also es wäre voll witzig, wenn die so sagen, ja, es kann ja sein, dass sie einfach nur ein bisschen Spaß haben und du sagst so, nee, es scheint mehr zu sein. Wie? Wie meinst du? Ich habe keine Ahnung, Scheiß drauf. Die haben mehr als Spaß. Die haben zu viel Spaß. Ja, genau. Nee, nee, das sieht nach mehr als Spaß aus. Ja, es wirkt auf jeden Fall nach so etwas. Ja, okay. Also man kommt sich ja richtig dumm vor, wenn man so, wenn ich das Gefühl habe, ich mache das gerade alles richtig wie so ein deutscher Opa und dann bin ich so der Spaßverderber. Dann bin ich so, ja, okay. Ich dachte, ihr seid die Ansprechpartner. Ja, aber, ja, ist witzig, aber ich habe dich das gerade vor der Folge gefragt, okay. Eigentlich sind ja die Oscar also wirklich seit Jahren extrem langweilig. Also ich habe es noch nicht mal mitbekommen, dass sie überhaupt stattfinden so richtig. Also es gibt, es gab immer wieder so einen Schlag Menschen, die sich das so nachts reingezogen haben. Das war so das Pendant von so Superbowl-Bros, die dann so eine Oscar-Party nachts gemacht haben. Weißt du? Ja, ja. Oder ich habe das Gefühl, da sind auch so ungefähr der ähnliche Kreis von Leuten, die dann so, wie heißt nochmal diese Scheiße, Eurovision Song Contest gucken. Ah ja. So irgendwie diese Wettbewerbe irgendwie. Also wer guckt sich die Oscars an? Aber ich glaube, Eurovision Song Contest, egal wie trash es ist, das kann irgendwie so Spaß machen, weil du siehst dann irgendwie, ich weiß nicht, das ist irgendwie so ein Turnier, das an einem Tag startet und beendet wird. Das ist irgendwie immer spannend. Weißt du? Und dann irgendwie, dann tauchst du auch in so Kulturen ein. Es gibt immer wieder irgendwas, was du kommentieren kannst, weißt du? Irgendwie, weil alle scheiße sind. Ich glaube, es macht Spaß sogar, wenn man sich so darauf einlässt, so zu trinken und dann sich so diese Scheiße zu geben und dann läuft da vor allem im Hintergrund schlechtere Musik. Eurovision Song Contest bedeutet meistens einfach nur schlechtere Musik. Irgendwie so eine Wundertüte. Ja, so habe ich es auch mitbekommen, dass so Leute da so, ja, nicht wirklich, also so Kumpels oder was auch immer, Bekannte von mir, die haben dann so ein Saufding draus gemacht oder so und dann wurden irgendwelche Kurzen getrunken bei irgendwelchen Punkten für irgendwelche Länder oder so. Also, ja, okay, man kann alles mit Alkohol einfach so aufwerten. Also, so, ja, okay, ich kann mich auch besaufen und irgendeine Scheiße gucken. Naja, auf jeden Fall. Aber diese Oscar, okay, zumindest eine Minute davon, ja, hat für sehr viel Aufsehen gesorgt, okay? Eine Minute davon. Ja, eine Minute. Das ist wirklich unglaublich. Ich konnte es wirklich nicht glauben. Ich konnte es nicht glauben. Und es ist so unglaublich, wie witzig das ist, der Zufall. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Aber Oliver Pocher, und ich möchte den Namen nicht von dem anderen Typen nennen, aber das geschieht jetzt so über Umwege sowieso. Also, dass Leute sich das dann nochmal mehr anschauen. Sehr viele Leute haben es eh schon mitbekommen. Aber irgendwie bei einem Kampf von Felix Sturm, wusstest du, ey, ist auch komisch, dass der jetzt wieder kämpft. Weißt du noch, das war so ein Boxer unserer Kindheit. So, plötzlich, diese Leute, die in unserer Kindheit oder Jugend oder so was gemacht haben, haben damit irgendwann aufgehört und machen das jetzt wieder nochmal. Also, das ist irgendwie ganz komisch, so. Also, entweder sind die tot oder die machen es nochmal. Ja. Irgendwie, keiner hört so richtig auf. So, zum richtigen Zeitpunkt, ey. Na, auf jeden Fall. Da war irgendwie Oliver Pocher. Wie bei den, bei den, warte mal, jetzt immer, um das zu verstehen. Ja, genau. Also, Oscar-Live-Übertragung. Oscar-Live-Übertragung, das ist aber jetzt die Parallele, okay, das ist gestern oder vorgestern passiert. Und zwar, da gab es diesen Kampf von Felix Sturm. Also, das hat jetzt nichts mit den Oscars erstmal zu tun. Es gab auch den Kampf von Felix Sturm in Deutschland. Genau. Genau. Und Oliver Pocher saß dann da irgendwo mit seinem Porridge. Nein, Spaß. Aber er saß dann irgendwo da und, äh, da läuft so ein Typ vorbei, ich kannte den nicht, keine Ahnung. Also, und das wurde dann aufgenommen von einem, von seinem Freund wahrscheinlich mit einer Handykamera oder so. Und dann läuft einfach so ein Pocher vorbei und Pocher, also sitzt einfach da, schaut nach vorne, nimmt ihn noch nicht mal wahr. Es war so richtig, ähm, äh, heimtückisch, ja. Ähm, dann, äh, dann, dann, äh, hat er ihm einfach aus dem Nichts eine geklatscht. Bam! Warte, warte, der, nochmal, also, sorry, ich bin nicht ganz, der Typ hat einfach Pocher aufgenommen und ihm dann eine geklatscht. Ja, Pocher hat ihn noch nicht mal wahrgenommen. Also, er hat noch nicht mal in die Richtung geschaut. Er konnte ihn gar nicht sehen. Das war komplett heimtückisch. Das war wirklich so, ey, so ein kompletter, ekliger Rattenmove. Kam da an, egal, was man von Pocher hält. Also, das ist wirklich, also, das ist so. Ja, das ist doch irgendein Typ. Ja, das ist irgendein komischer Entertainer. So, ich möchte dieses, so, voll der ekelige Beruf. Also, so. Okay, ja, ja. Weißt du? Okay. Er hat gesagt, klatsche ich meine. Das ist so voll unmenschlich. Das hat mich so ein bisschen erinnert an Joker, an diese ersten Szenen, wo ihn dann niemand ernst nimmt und Leute ihn so rumschubsen und bla. Ja, ja. Also, Pocher ist jetzt mittlerweile das. Irgendwie keiner mag ihn mehr. Also, Leute tolerieren ihn nur noch so. Und man fühlt sich jetzt irgendwie wohl ihn auch als sogar so vor laufender Kamera, also, das war ja sogar gewollt, ihn einfach so zu klatschen. Und Leute haben das dann tatsächlich sogar noch im Internet sogar zum Teil beklatscht, weil er einfach so unangenehm ist und irgendwelche Influencer mal damals oder jetzt neulich gedisst hatte. Also, der hat ja einen komischen Karriereweg eingeschlagen. So, finde ich aber irgendwann. Ja, es besteht ja irgendwie voll aus Provokation und Leute fertig machen. Genau, genau. Und deswegen war das so ein bisschen die Stimme. Und deswegen so ein Z. Ja, aber das war zu viel. Also, das war... Ja, 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 nee, ich meine, aber das ist dann die Stimmung, die die Leute dann haben. So, ja, so, what goes around comes back around. Also, das ist ein kompletter Rattenwurf. Also, musst du dir gleich anschauen. Das ist kompletter Rattenwurf, okay? Und dann, jetzt kommen wir zu den Oscars, ja. And the Oscar goes to... Tatsächlich das allererste Mal zu unserem meistgehassten Schwarzen im Podcast, Will Smith. Was? Ja, ich wusste auch... Will Smith hat den Oscar bekommen? Ey, guck mal. Also, Leute wissen, ich hab ein Beef mit ihm. Also, seit irgendwann. Ja, ab irgendwann. Weil, ohne Scheiß, von uns allen gefühlt war er, also, er war unser Vorbild, oder? Ja, er war eine ja, so der coolste Typ. So, also, ja. Ja. Prince of Bel-Air, keine Ahnung, das hat ganze Kindheiten, ganze Generationen, das hat uns alle geprägt, ja, uns alle vereint und so. Irgendwie war er voll der coole Typ. Ich mochte da sogar ein paar von seinen komischen Rap-Songs, ja. Also, es gibt so irgendwie Summer Madness oder so. Summer, Summer, Summer. Ja, mit DJ Jesse Jeff. Ja, ja, bevor er rausgeschmissen wurde, immer. Keine Ahnung, irgendwie cooler Typ, aber irgendwann ist er auch so komisch, Hollywood-mäßig nervig geworden. Immer dieser komische Geltungsdang, immer bei dieser neuesten Sache dabei zu sein, dann irgendwie diese komische, anstrengende Jada Pinkett-Beziehung da, die auch, glaube ich, so voll der komische, anstrengende Mensch ist, die irgendwas mit Tupac hatte und dann hatte er, ach, keine Ahnung was, aber. Ach was, seine Frau hatte was mit Tupac? Anscheinend, ja. Wow, Alter, das ist, als hätte man noch so indirekt so ein Draht, so zu so einer toten Legende. Ja, ja. Ja, das ist genau das. Das ist genau das. Das ist doch genau das. Cool. Naja. Aber auf jeden Fall, also, die haben dann so für Schlagzeilen gesorgt, weil die hatten so eine komische Hollywood, auch für eine Beziehung, Beziehung und immer wieder irgendwie, dann hatten die auch so, das alles so zur Schau gestellt. Ja, die hatten so ein Format, wo sie so ganz offen über alles reden. Genau, genau. Und natürlich wird man dann auch dafür getrashed, Will. Natürlich wird man dafür getrashed, ey, wenn man zu viel von sich zur Schau stellt und sich so wichtig nimmt, natürlich wird man dann getrashed. Und dann sitzt er da bei den Oscars und weißt du, wer die moderiert? Also wirklich, ich finde einer, also, ach, ist eigentlich einer der, auch einer der Legends of Comedy, finde ich, Chris Rock. Ah, okay. Schon wieder, der hat die schon mal moderiert. Hat die moderiert, ja, der hat die schon ein paar Mal moderiert, ey. Ist eigentlich ein unbeliebter Gig, weil du kannst dir fast nur Feinde schaffen, so. Weil du musst irgendwie witzig sein, Leute roasten, aber immer noch gleichzeitig sympathisch. Ist ein schwieriger Gig und ist theoretisch das Geld wahrscheinlich nicht wert, okay? Ja. Deswegen wundert es mich. Ja, gerade für jemanden wie Chris Rock, der macht das jetzt nicht fürs Geld. Ja, macht man fürs Prestige. Und außerdem, Chris Rock hat aber irgendwie anscheinend demnächst eine Tour mit Kevin Hart zusammen. Vielleicht war das auch so im Hinterkopf. Naja. Ah, okay. Egal, scheiß drauf. Und dann, ey, ich konnte es nicht fassen. Ich habe es heute Morgen gesehen. Ohne Scheiß. Äh, äh, Chris Rock roasted das Publikum und, ähm, dann kommt er zu Will Smith. Also, er ist auf der Bühne. Also, er kommt einfach nur mit den Jokes zu Will Smith. Will Smith wird gezeigt und er verarscht Jada Pinkett, äh, also seine Frau. Also, weil die hat jetzt gerade irgendwie, äh, eine Glatze oder ihre Haare sehr kurz so geschnitten. Okay. Äh, und er hatte irgendwas in Jokes und ich weiß nicht, ob ich ihn richtig verstanden habe, aber der war sehr harmlos. Äh, es gibt die Actionfigur G.I. Joe, ne? Kennst du den G.I. Joe? Ja. Und da meinte er, äh, also Jada Pinkett Smith, äh, auch so. Äh, Jada Joe. Irgendwie so. Das war dann so ein Joke, aber es war so. So ein ganz kleiner Joke hatte ich das. Ja. Das ist harmlos. Will Smith steht auf. Will Smith steht auf. Läuft auf die Bühne. Chris Rock hat die Hände hinterm Rücken. Also, einfach, weil er in diesem Joke-Modus stand und hat es, wir sind Gentlemen, diese Jokes irgendwie so vorgetragen. Wir sind ältere Opa. Und dann, und dann sagt er so, Oh shit, Will Smith is coming. Oder irgendwie so. Okay? Mhm. Will Smith kommt an und klatscht ihm eine. Was? Er klatscht Chris Rock. Voll auf der Kamera. Unglaublich. Wie aber so, also eine Bugpfeife einfach so, eine Dolle? Eine Bugpfeife. Klatscht ihm eine. Will, Chris Rock nimmt es wie ein Mann, bleibt stehen, fällt nicht um und sagt halt so, Oh shit, Will Smith just slap the shit out of me. Konntest du nicht glauben, dass das passierte? Niemand konnte es glauben. Will Smith geht dann wieder zurück, setzt sich hin. Es ist Stille im Raum. Stille. Komplette Stille. Jetzt haben sich gerade zwei Schwarze voll auf einer Kamera geprügelt. Ja, das war wirklich Black on Black Rhyme, Alter. Dings, Will Smith setzt sich hin, Chris Rock sagt so, wow, Will Smith just slap the shit out of me. Und dann, ey, Chris Rock ist so ein Pro, er guckt ganz kurz so nach links und sagt so, that's the greatest moment in television history oder so. Irgendwie sowas in der Art. Kriegt er dafür einen Lacher? Ja, kriegt dafür einen Lacher. So ein Pro ist der. Ich hab Leute wegen kleinere Sachen Bomben sehen. Und dann sagt, und dann sagt irgendwie Chris Rock nochmal so in Richtung von Will Smith, so Dude, sowas in der Art. Und Will Smith, ey, ich weiß nicht, was mit dem los ist. Aber ich kann mir seinen Blick vorstellen. Ey, so ernst geguckt, so komisch, so komisch, ey, so ein Ekelpaket irgendwie. Ey, ohne Scheiß, der sagt so, also quasi, also nimm den Namen meiner Frau nicht in deinen Mund oder irgendwie so, ja, also irgendwie. Und dann sagt so, und dann sagt so Chris Rock, okay, I won't. Und dann sagt er so, yeah, right, don't say the name of my wife oder irgendwie sowas in der Art. Ey, und dann geht's einfach. Ich glaub, so wird man, wenn die Frau von einem vorher was mit Tupac hatte. Man ist dann so, man läuft ja mal mit dieser Unsicherheit rum. Bin ich so krass wie Tupac? Naja, ey, das ist ein bisschen so Running Joke, das, also das hab ich auch in den Kommentaren gesehen, dass jemand so geschrieben hat, dass Jada Pink nach dem Joke so zu Will Smith geflüstert hat. Also Tupac würde sich das jetzt nicht gefallen lassen. Ey, ohne Scheiß, das ist so, ey, das ist doch irgendwie so, das ist ja irgendwie voll, irgendwie so voll unsicher, voll so irgendwie jetzt so, so komisch, so, so zu früh. Meine Männlichkeit wurde hier angegriffen. Ich muss hier um einen Mann stehen. Ja. Mit irgendwie meine Frau, meine Frau, du hast meine Frau beleidigt. Ey, das ist, äh, also mega, mega peinlich. Und auch noch so, die steht ja selber, die steht ja selber mega in der Öffentlichkeit. Also so, die machen all diese Sachen in der Öffentlichkeit. Da wird ein Joke gemacht zu einer Frisur. Und dann, also yo, du kannst, also wenn ihr euch für den Schritt entschieden habt, so, dann steht ihr, also dann kann man Jokes über euch machen, so. Ja. Also im Rahmen von irgendwie, was noch okay ist, aber so. Na, total. Du kannst sowas dann nicht bringen. Also du kannst sowas sowieso nicht bringen, aber auch so, du hast, ich finde, du kannst auch noch nicht mal das Recht, wirklich sauer zu sein, wenn ein Joke auf deine Kosten dann kommt, bei Sachen, die du, die du selber die ganze Zeit so den Leuten so reindrückst. Total, total. Ey, ist voll witzig, weil ich sehe gerade, wie rassistisch das Internet ist, weil, weißt du, wer gerade trendet auf Twitter? Äh, nee. The Rock, anstatt Chris Rock. Achso, okay. Das ist, was ich meine. Ey, äh, aber das ist Wahnsinn. Ey, ohne Scheiße, ich hab's mir mehrmals angeschaut. Wow, okay. Und es kann, also, es kann eigentlich unmöglich, also fast unmöglich gestellt sein, weil, äh, also, wenn die das gestellt haben, dann ist das, wofür die, die den Oscar, äh, bekommen sollten, eigentlich im Endeffekt. Ja, ja, das kann ich. Weil, ähm, ey, weil, also, Chris Rock hat dann zu, ähm, zu gut darauf reagiert. Also, einfach zu gut, so, holy shit, so, what, also, was, was ist hier eigentlich gerade passiert? Ähm. Ey, ich, ich, ich sehe das hier, kann ich mir das Video angucken? Jetzt, während der... Macht das Sinn? Ja, das dauert halt eine Minute oder so, also, ich glaub, das, ähm, ja, ich glaub, das ist... Ey, ich seh hier, ich seh hier gerade, dass er... Wenn man währenddessen nichts hört, nee, also, schau's dir jetzt gleich an, aber... Ah, ja. Ja, ja. Also, wenn man jetzt einfach nur dich währenddessen atmen hört, ey, dann, dann ist das hier kein gutes, kein gutes... Ey, aber warte, weißt du, was witzig ist? Aha. Äh, ich seh hier gerade, einfach bei YouTube in der Überschrift, ähm, Will Smith hat ja den Oscar bekommen, hast du ja schon gesagt. Ja. Aber, ja, nachdem... Nachdem? Nachdem. Und da, ähm, das, das ist irgendwie eine witzige Abfolge von Ereignissen, dass du danach nochmal auf die Bühne kommst unter ganz anderen Bedingungen und diesen Oscar kriegst und, äh, und da steht, dass er dann sich nochmal entschuldigt hat irgendwie. Apology as he wins Oscar in, in quotes, love, love makes you do crazy things. Oh Gott, du Arschloch, ey. Die Liebe hat mich hierhin getrieben. Oh, du Arschloch, ey. Ekelpaket. Naja, man weiß, also, aber man weiß manchmal auch nicht, was du... Also, also, ich hatte dann auch sofort den Gedanken, ja, vielleicht haben die irgendeine Story oder Chris Rock war so richtig ekelhaft backstage kurz vor der Show, aber eigentlich, also, man kann sich das... Naja, sowas recht... Ne, ach, und außerdem, ne, ach, das kam sowas von so komplett unerwartet. Das ist auch kein richtiger Kampf dann. Also, das ist irgendwie so, ach, weiß ich nicht. Also, das... Aber das ist, das ist, finde ich, irgendwie immer so, keine Ahnung, das ist irgendwie so voll die Angst, ähm, also, die man haben sollte irgendwie, also, ja, wie soll ich sagen? Also, so, sollten wir jetzt sozusagen erfolgreicher werden oder allgemein so in der Öffentlichkeit stehen oder erfolgreich sein oder in Anführungsstrichen irgendwann sozusagen ein Star sein oder so, wenn du da so jahrelang drin bist, dass du dann echt so Bezug zur Realität und zu so Dingen verlierst, also, dass du dann, dass du dann so deine Prime hattest und irgendwann alterst du so richtig komisch in der Sache und, also, weißt du, bei Will erfolgreich zu sein und so in Würde zu altern? Ja, ne, ist das, glaube ich, gar nicht so schwer, weil im Endeffekt die meisten machen das ja. Also, das zeigt das ja, wie, wie doll sowas auffällt, dass eher das die meisten eigentlich machen. Verstehst du, was ich meine? Ja, ich frage mich, ja, ne, ein großer Teil, aber ich weiß nicht, ob die meisten, also, es ist dann oft so mit Skandalen und irgendwie vier Scheidungen oder es ist immer so ein krass anstrengendes Leben. Es sieht dann immer so cool aus, aber es ist immer so voll, es gibt so, weiß ich nicht, ich weiß gar nicht, wie viele es gibt, die so richtig gut damit umgehen, gerade so bei Schauspielern. Ich hatte mal irgendwas gelesen über Denzel Washington, dass der so voll bodenständig irgendwie sein soll und irgendwie so voll, also voller Angenehm mit viel. Aber es gibt so diese... Mil Bow Wow auch, ist in Würde gehalten. Mil Bow Wow ist in Würde 30 geworden. So, aber das ist irgendwie, finde ich, immer so, na klar, also, wenn man einfach nicht so ein Typ ist oder sich ein bisschen unter Kontrolle behält, auch wenn es geil läuft, dann kann man das später das Schiff managen, aber wenn man so, so außer Kontrolle die ganze Zeit ist, ich glaube, dass das, also, dann bist du irgendwann 40, 50 und bist dann so ein Prinz Markus von Anhalt so gefühlt. Ja, also so irgendwie irgendeine Version davon und endest du da und bist dann einfach irgendwie so... Also, das musst du dir oder, also, das müssen sich auch alle Chicas und Cookies und alle... Und wie sie alle heißen. Ja, und alle Namen, die wir bis hierhin hatten, ey, anhören, anschauen, weil, also, ich frage mich, ob irgendwann so rauskommen wird, dass es gestellt war, weil wenn es gestellt war, dann wäre das die beste Schauspielleistung, die ich ever gesehen habe. Also, das war total beeindruckend und hat auch nochmal bewiesen, was für ein verdammter Pro Chris Rock ist, ey. Also, ganz ehrlich, nee, wirklich, ganz ehrlich, also, ich würde nicht weitermachen. Also, ich wäre dann so... Nee, nee, oh, Scheiße, ich würde voll ausrasten. Hey, ich wäre da so... Ja. Ganz ehrlich, ich würde komplett ausrasten. Ey, Chris Rock kommt auch so aus einer harten Zeit, der hat volles, harte Leben so hinter sich, also, der ist auch ein harter Typ, so im Inneren, also, was ich meine, er war schon immer so vielleicht so ein bisschen nerdy und all das und so. Ich glaube, er wurde auch so gebullied in einer Schule. Ja, ich würde da komplett ausrasten und sagen, so, ey, was denkst du, dass du es dir erlauben kannst? Scheiße auf seine Frau und dich, ey, das ist mir doch scheißig. Also, ich bin hier, um Jokes zu machen, das ist das Format. Also, du nimmst dich gerade einfach zu ernst. Also, vielleicht hat sie Krebs, ey, da, who the fuck knows, aber das kann er dann auch nicht wissen. Klar. Weißt du, ich meine? Ja, aber das Komische ist, aber das Politische, also, die politische Ebene, die dabei komisch ist, ist so, dass ein Krieg bricht aus quasi bei den beiden und die haben ja ganz viele gemeinsame Freunde. Also, die haben auch sicherlich, und ich weiß es, das ist davor auch zusammen abgehangen, so, über Chappelle und so und mit Neil Brennan und sowas in der Art, okay? Ja. Comedy, Hollywood-Klicke, so ein bisschen. Das muss doch voll komisch sein, wenn das dann alle mitbekommen, also, für dann alle, so, ach, wir sind ja cool mit Chris Rock und Will Smith, also, was machen wir jetzt? Weißt du, ich meine? Ja, ja, ist klar. Also, irgendwie, dann werden plötzlich alle so in diesen Krieg mit reingezogen, ja. Ja, naja, das wird ja jetzt nicht so eine Tupac und Biggie-Sache, Alter, dass sie sich noch so, also, das hat die Frau von Will Smith ja schon einmal erlebt, das will sie auch nicht, das will sie auch nicht ein zweites Mal. Also, alle Männer, die mit mir zusammen sind, werden irgendwann erschossen, so, vielleicht liegt es an mir. Ja, aber es gibt diese, es gibt diese Frauen, die dann sowas machen müssen. Ja, ich glaube, es gibt so Psycho-Anstachel-Weiber, die so die ganze Zeit so, ja, ein richtiger Mann würde jetzt das machen. Bist du kein Mann oder bist du kein, ich dachte, ich bin mit einem Löwen zusammen, anscheinend bin ich nicht mit einem Löwen zusammen. Ja, aber ich wollte dazu noch sagen, wie du reagierst, also, du wurdest auch nicht gefragt. Also, ich glaube, deswegen wurde Chris Rock auch gebucht, also, da merkt man so, in solchen Ausnahmesituationen merkt man dann die Qualität, so wie bei so einem guten Gerät oder so, so, ach krass, guck mal, wie gut es trotzdem noch damit umgeht. Ah, dafür habe ich, dafür, so, das macht den Unterschied. Ähm, ey, aber, aber, also, Kavos, jetzt wirklich, stell dir das dir mal vor, okay? Also, das ist ein Raum voller Millionäre und beinahe Milliardäre wahrscheinlich oder so, also, bei einigen zumindest. Und das ist so die Elite von Comedy, alle da vereint an einem Abend, alle tragen Anzüge, teure Klamotten, all das, okay? Du bist dann da und es ist ein schwieriger Gig auf der Bühne, du bist alleine und als Comedian, also, irgendwie, egal wie sehr du killst, du hast nie diese komplette Sicherheit. Also, du freust dich immer, wenn der nächste Joke auch killt. Also, weißt du, was ich meine? Ja, also, wenn du diese komplette, komplette, also, Sicherheit schon, aber wenn du dich komplett so gehen lässt, dann, ähm, hast du ein paar Minuten Spaß damit, aber das wird sich irgendwann wieder rächen. Also, genau. Also, du musst eigentlich immer weiter arbeiten, das ist so ein Ruderding. Du kannst gut im Flow sein, aber du musst immer noch, also, du musst ja noch die Bewegung machen, so, mit voller Kraft. Ja, ja, ja. Und, ähm, und dieses Gefühl hatte er dann da und das ist, wie gesagt, also, immer noch ein großes Event, ja, mit viel Prestige, Geschichte und wird auch, äh, also, ähm, also, es wird auch viel gesehen und so. So, äh, und, und dann währenddessen, also, es ist nicht in einer Kneipe oder so, währenddessen slappt dich jemand und du stehst da weiter, ah, nein, wirklich jetzt, und du stehst da weiter alleine auf der Bühne. Ja, ja, ja. Hast keine Band oder keinen DJ, zu dem du dich drehen kannst und dann so, also. Ey, es ist auch live. Live. Es ist auch live live. Also, live ist wirklich nochmal richtig krass, also, du, da gibt's nichts zu machen. Es gibt halt eine offensierte Version aus dem australischen oder so Fernsehen, es ist voll interessant, dass die da einfach weitergesendet haben, anscheinend ohne Verzögerung, so, dass es halt sichtbar ist, also, es ist, der ganze Moment ist zu sehen, das ist totaler Wahnsinn. Ah, wow. Also, sogar Twitch-Streamer sichern sich ab, indem die den Stream auf so zwei, drei Minuten verzögern, dass, wenn dann was passiert, man das irgendwie rausschneiden kann oder so. Also, sowas kann man machen. Ja, ja. Und bei den Oscars slappt Will Smith Chris Rock und das sieht die ganze Welt, ey. Ja. Ich finde auch dieses, also, so diesen Slap zu geben, also, das ist ja auch eine richtige Entscheidung, weil er ist ja nochmal so zehn Sekunden hingegangen. Also, er ist ja nochmal so, er hat ja wahrscheinlich nochmal so richtig Meter gemacht und muss dann noch ganz hoch. Also, da muss ich doch währenddessen doch noch gedacht haben, yo, zieh ich's jetzt wirklich durch? Weil er hätte ja noch vor der Bühne, es wäre ja auch crazy genug, wenn er bis zur Bühne gegangen wäre und irgendwas gesagt hätte. So, irgendwie genau das, was er dann später reingeschrien hat. Aber dann so, das ist eine richtige Entscheidung, es so durchzuziehen. Weißt du, was auch noch die Sache ist? Also, er hat auch noch davor über den Joke so gelacht, also zumindest, oder gefaked, darüber zu lachen. Mhm, mhm. Ja, und dann hat sich irgendwas in seinem Kopf so, nein, 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 Alter, der Typ. Oh Gott, ey, also ohne Scheiß, ich bin da sowas von auf der Seite von, also von dem Comedian und einfach auch allgemein von Chris Rock, also, das ist irgendwie so ein bisschen so Hollywood-Shit, sich so zu ernst nehmen und so, du kannst das nicht über meine Frau sagen. Ach, ach schon, ach schon, ach schon, ey. Also, das ist, also das ist wirklich, ja, es ist schon, er nervt, er nervt, er nervt mit da. Ja, das ist schon irgendwie, seiner ganzen talentierten Familie, die alle, wie die Avengers, irgendeinen Skill haben und so, ach, komm ey. Die sehen auch aus wie die Avengers. Ja, irgendwie, keine Ahnung. Was macht denn sein Sohn? Der hat doch so ein Wasser rausgebracht, oder? Der hat ein Wasser rausgebracht, äh, keine Ahnung, alle nervig. Und noch ein weiterer großer Slab, wir besiegen Corona weiterhin, und zwar, wir sind mit dem Podcast, ähm, live, also wir machen einen Live-Podcast am 11.8. in Dortmund, genau, und am 12.8. in Düsseldorf, dann kommen wir beide da hin und machen endlich mal wieder Live-Podcast, ich glaube, das haben wir, Stand jetzt, seit ein bisschen mehr als zwei Jahren nicht mehr machen können und bis dahin, ähm, ja, es wird auf jeden Fall. Wir haben es bis jetzt nur in Berlin, München und Hamburg gemacht und es war mega, es hat viel Spaß gemacht. Ja, das war echt cool. Wir wussten gar nicht, was uns erwartet hat, aber es war voll cool, ähm, euch zu sehen und, ähm, es hat tatsächlich richtig viel Spaß auf der Bühne gemacht und, ähm, genau, äh, also welcher? 11.8. und 12.8. 11.8. in Dortmund, 12.8. in Düsseldorf, ähm, wir packen nochmal einen Link, äh, wieder in die Folgenbeschreibung und ihr findet die Karten auf Eventim, also wenn ihr danach sucht, äh, auf Eventim findet ihr die, kommt vorbei, das wird mega, das ist im August, Summer und, und so weiter, ihr wisst ja, was im August so, äh, äh, ich pack das auch in meiner Insta, Insta-Bio und, ähm, Chips und Kaviar einfach mit dem Unzeichen auf Eventim, so findet man das, äh, am sichersten. Korrekt. Ansonsten folgt dem Podcast, folgt Daniel auf Instagram und Twitter und folgt mir auf Instagram, checkt die Shows aus, alle Links in der Bio, äh, was ist in der Bio, in der Folgenbeschreibung und, äh, den Sponsor schaut da auch nochmal vorbei und, äh, ja, das war's, glaube ich, von uns. Ja, das war's, das war's von uns, ähm, wir hören und sehen uns dann nächste Woche, haut rein, ciao, ciao, ciao.